Dann ist das ja egal. Ui, die Leute aus dem Fotoladen haben keinen Bock, mit euch zu spielen. Äh, willst du Blut an meiner Klinge sehen? Du kannst überzeugen. Aber der vorliegende Wanderer. Ah, ich will die eigentlich nicht töten. Bis Lee sollen wir alle festnehmen, die uns verdächtig erscheinen. Ah, natürlich. Ah, ich will die Wanderer. Ah, okay. Hier kann ich mich mit ausruhen. Das ist ja interessant. Okay, ähm. Kann ich den jetzt nochmal? Das ist klar, okay. Wie wechsle ich denn? Äh, nein. Ach. Ach, komm schon. So. So, und dann kommt hier die Uhr rein. So, wird jetzt wichtiger. Ich geh mich jetzt zuerst angegriffen, was soll ich tun? Hi. Oh, nee. Ja, das ist egal. Der Schlepp ist die Schleppel-Karte. Das ist kein Problem. Ich werde das nicht sagen. Die Schleppel-Karte sind die Schleppel-Karte. Das ist schwer. Sie wissen, dass man die Schleppel-Karte hat. Aber wenn man das nicht mehr ist, dann ist das ein Problem. Ja, das stimmt. Hm? Was du? 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 Ja, was du? Du hast du in deinem頭. Du musst du sofort aufbauen. Du musst du sofort aufbauen. Du musst du sofort aufbauen. Wie ist das? Das ist wirklich eine rechtliche Entscheidung. Du hast auch eine Erklärung. Du hast auch eine Erklärung. Du hast immer eine Erklärung aufbauen. Aber du musst du sofort aufbauen. Du musst du in der Odo. Oh, du hast dich nicht genannt. Ich bin der Odo. 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 Dann bin ich zuerst. Okay. Ich bin immer so ein Problem. Entschuldigung? Ich bitte. Wir sind ja nicht so... Oh, da. Jemand schmeckt dick den Schwierigkeiten. Das schwarze Juwel. Äh... Okay. Gott, Gott. Gesturne Statue. Ah, okay. Und da ist erst die... Mhm. Das heißt, ich habe jetzt erstmal echt viel Freizeit. Das heißt für mich, ich werde einmal da hinreisen. Dann wollen wir uns jetzt nämlich noch mit der Uhr... Können wir jetzt ja die Zeit beeinflussen. Und dann können wir da runtergleiten. Oder wir gehen erst drüber und machen dann den... Zack, so. Klettern aber dann da hoch, damit wir erstmal kurz ein bisschen... So. Ne, 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 ne. Da runter, danke. Warum? Warte mal. Ah. Ausrüstungskommission. Hier kannst du die Kombination deiner Ausrüstung, Habstil und Gegenstände bearbeiten. Okay. So, jetzt wüsste ich... Na ja. Jetzt chillen wir hier mal bis Nacht. Mhm. Oh, okay. Ugh. Ja. Bye. Bye. Oh, ha? Hm. Okay. Aua. Jetzt darf das Gift gerne aufhören zu ticken. Das war alles andere als schön. Mhm. Ah, das liegt dann immer an einem Kampfsee, wa? Hm. Mhm. I see. Okay. So. Damit haben wir das alles fertig. Pamplett durch. Super Anti-D-D-D-D-Geschicklichkeitspunkt bekommen. Sehr schön. So. Okay. Dann können wir uns einmal das Gebiet anschauen. Wir haben noch einen relativ langen Weg dann bis dahin. Ich hab keine Ahnung, wie gut das ist. Yoshiki Dashiden, da ist eine Quest, da ist ein Level-6-Quest. Das da oben war ein Level-10-Ding. Ist das nicht, ist das nicht das Banner, was ich beim... Ach ne, das ist das hier. Hm, 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 hm. Nee, alles gut. Äh, ich will jetzt erstmal aber nach da oben. Das ist das Horse-Pferde-Ding. Okay. Komm ich an. Doch. Komm ich doch an. Never mind. Hab ich jetzt gesagt. Katze. Eine erschreckte Katze. Na toll. Und, Kili, bist du wieder da? Nee, leider nicht. Na gut. Wahrscheinlich müssen wir erstmal weit genug wegkommen. Was ist das eigentlich? Bogenschießen zu Pferd. Aha. Na gut. Ich habe meine Tüfer. Das war's für heute. Ah ja! Einfache niederländische Kleidung. Bambus und Pappe. Okay. Huch. Hallo. Ah, was geht? Das hier wird auch hundertprozentig später noch ein Kampfgebiet. Früher oder später. Gut, dann können wir jetzt einmal hier kurz einen Abstecher rüber machen. Wölfe. Weg mit euch. Ich sollte mir vielleicht nochmal einen Händler suchen, wo ich mir nochmal Pfeile kaufen kann. Das hier war doch das, wo wir gerade der Dings geholfen haben, ne? Denk ich. Was ist das? Ich glaube ja. Na, keine Ahnung. Da ist gerade eine Tür zugegangen. Warum? Hallo. Ihr wollt mich nicht sehen. Na gut. Ist okay für mich. Äh, dann gehen wir mal zu dem öffentlichen Ordnungsding da hinten hin. Was? Ist das eine Katze? Hier ist doch gerade was despawned. Oder war das nur ne... Na ja, könnte auch nur ne Dings gewesen sein. Okay, dann gehen wir mal erstmal die öffentliche Ordnung in dem Ding uns wiederherstellen, in dem Dörfchen da. Dann bekommen wir dafür dann noch einen Banner. So. So. Ambus. Hm. Was haben wir denn hier? Ein würdigen Gegner. Die sind relativ low. Okay. Aber das ist doch der würdige Gegner schon, oder? Na. Da schießt du mal deine Pfeile. Das war dein Nissen-Event. Naja. Okay. Okay. Hm. Dann hat's so. Okay. Okay. So. Den hätten wir damit auch. Das ist nur die Frage, wo sind die anderen beiden. Der eine sitzt da hinten. Den sehe ich. Ah. Und der andere ist der Doggo hier vorne. gewesen. Okay. gut. Dann sneaken wir uns jetzt mal hinter den und töten den auch noch. Da ist nämlich auch noch einer von den Typen, die was geben. Okay. Let's go. Okay. 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 Ist denn hier irgendwo hergekommen? Nein. Wir haben aber dafür was Neues entdeckt. Ah. Der Schrein ist natürlich hinter uns. Okay. Dann machen wir jetzt mal den Schrein. Außerdem war hier vorne doch noch irgendwo eine Hilfeaktion, oder? War das nicht hier irgendwo? Ist jetzt weg. Ist jetzt okay. Ist jetzt okay. Oder ne. Na gut. Gehen wir mal zu dem Schrein und gucken dann nochmal ab, wenn wir die Katze nochmal kriegen. Hallo. Schrein. So. Dann gucken wir nochmal nach der Katze. hier. Die müsste jetzt wieder da sein, oder? Welche Richtung guckt sie denn in diese? Okay. Dann muss ich einmal um sie rum. ähm. Mhm. Mhm. Dann komm mal her, Kitty. Got you. Katzen gefunden. Acht. Insgesamt. So. Das war Nummer eins. Öffentliche Ordnung haben wir auch an einem Ort wiederhergestellt. Äh. Da hinten ist noch ein Banner. Auch. Ähm. Machen wir mal kurz querfährt ein und gucken mal, was da noch ist. Kann man hoch. Oder auch nicht. Na gut. So. Dann kommen wir da rüber. Ich finde es sehr cool, dass man die Schwert, äh, Kampfstile on the floor einfach swappen kann. Oh, hi. Bist du. Hm. Wildfleisch. Hm. Wildfleisch, ok. Mhm. Okay. Mhm. Ich kann einfach irgendwo was finden. Schön durch den Bambuswald einmal durch. Hallo, Hühnchen. Ähm, das ist eine Quest. Da will ich eigentlich aber noch gar nicht hin. Ich würde tatsächlich nicht jetzt noch das Banner holen. Da unten. Denke ich. Ich würde sagen, was soll das denn? Weil das Banner ist nämlich eine Stadt, I guess. Das ist ein Dörfchen. Da können wir theoretisch hoch. Okay. Und dann kommen wir von da aus wahrscheinlich dann da hoch. Okay. Aha. Und da oben. Okay, das will ich mal probieren. Okay. Ah, da kriegt auch noch was. Flaschenkürbis. Okay. L1 war langsamer, danke. Gut. So, dann haben wir hier noch das Banner. Und dann mache ich an der Stelle dann tatsächlich für heute dann auch den Cut, denke ich. Sehr schön. Hier können wir schießen üben. Theoretisch. Man wollen würde. Oh, der verkauft wahrscheinlich Handfeierwaffen, würde ich mal vermuten. Achso, oder halt auch sowas. Hm. Hm. Ah, die haben da noch einen freien Slot. Okay, I see. Das da und das da haben. Hier wird es nochmal einen freien Slot. Aha, aha, aha. I see. Okay. Äh, zerlegen, verkaufen. Nein, das ist gut. Wie wir es kaufen können, wir immer bei den Materialien. Gut, dann würde ich sagen, griffeln wir nochmal das Ding da an. Und, äh, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge auf YouTube wieder. Bis dahin dann erstmal reingehauen. Und ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.